Wir haben jetzt nominiert worden zur Grillpool-Challenge dieses Jahr. Jetzt haben wir heute die Wahl. Sollen wir jetzt hergehen und mitmachen oder sollen wir das Freibier rausgehen? Zahlen wir nix? Da waren wir wohl zu. Also gut, dann müssen wir noch einen Pool bauen, Grill bauen. Am besten gehen wir jetzt alle auf die Karren auf und dann geht's los. Aufsitzen! 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Also, wir danken dem AW-Rack-Team aus Hinstau und Schwende für die Nominierung. Das hat uns wirklich viel Spaß gemacht, auch so Nominierungen zum Ausführen. Und das Bier haben wir echt leider halt nicht ganz grün gegründet. Darum haben wir das lieber einen Spaß selber gleich gemacht. Und ich hoffe, bei dem Video, das ihr jetzt noch sehnet, könnt ihr auch einen Spaß dafür. Und alles bestens für uns gelaufen, meine ich mal. Also, dann hätten wir aber noch weiterhin auch noch Nominierungen, dass die Grillpool-Challenge weiterlauft. Die nominieren die Firma Ott aus Gammertingen. Samson-Mischtreuer ist bestens geeignet für einen Superpool. Und für Grillpool. Ein weiteres Geschäftsfeld, wahrscheinlich für ihn. Und dann hätten wir noch weitere Nominierungen für... Ja, das wäre der Florian Pickel. Der Unternehmer aus Villabacher. Yay! Und der letzte im Bunde, Landtechnik April Neustädter. Yay! Jetzt ist der Wettbewerb. Wir haben, Wurst haben wir. Und einen Grill. Und einen Grill. Und die Nominierte hat vier Wochen Zeit, um uns eine gute Grillpool-Challenge wieder ableiten. Zum Bieten. Oder uns eine gescheite Brotzeit mit Bier und sonstigem zum Spendieren. Wäre mir auch ganz Friede. Yay! Wir haben, Wurst haben wir, Wurst haben wir. Das war's. 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 Das war's.